Guten Tag bei emphi.tv. Wenn der Gemeinderat tagt, möchten Sie natürlich zu Hause auch informiert sein. Aus diesem Grund haben wir den Sitzungsdienst in Empfingen eingeführt. Diesen Sitzungsdienst finden Sie ganz einfach im Internet unter empfingen.de. Gehen Sie auf Rathaus und Verwaltung, einmal Gemeinderat, Sitzungsmanagement und Sie werden sehen, dass Sie hier zum Bürgerinformationssystem gelangen. Im Bürgerinformationssystem stehen Ihnen dann jegliche Sitzungstermine des Gemeinderats und natürlich Sitzungsvorlagen zur Verfügung. Gehen wir zum Beispiel auf den 13. November. Hier sehen Sie dann auch die öffentliche Bekanntmachung, die Tagesordnungspunkte mit den Sitzungsvorlagen, natürlich in PDF-Format und nach der Sitzung die Beschlussfassung wie auch der Kurzbericht. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Sitzungsdienst der Gemeinde Empfingen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Sitzungsdienst.